Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Legenden Arceus. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich grüße jetzt YouTube. Es freut mich, dass alle wieder dabei sind, die jetzt oder in Zukunft dabei sind. Die Zuschauer schreiben sonst was. Ja, seit dem letzten Mal, man kann es erkennen, habe ich ein bisschen gefarmt. Eigentlich habe ich nur eben kurz diesen Wald da erkundet, der da so den Berg runter war. Und da war ein Level 19er Pokémon. Ich habe getrifft und es irgendwie besiegen können, ohne dass das Gegner schon viel was machen konnte, weil es nur normale Attacken hatte. Ich habe jetzt auch angeblich meine 30 Schwerbälle endlich bekommen. Die kann ich ja jetzt endlich mal einsammeln. Hier unter Geheimgeschenk. Hier. Angeblich soll ich die jetzt haben, aber wir sehen in meiner Liste eindeutig nicht, dass ich 30 Schwerbälle habe. Also nach wie vor fühle ich mich da gescammt. Wir haben drei Pokémon, die entwickelt werden wollen. Ich habe ein bisschen den Pokédex gefarmt. Ich würde mir sagen, wir entwickeln jetzt erstmal alle drei Pokémon und ich mache mich eben kurz weg, dass ihr das auch sehen könnt. Ich werde die Pokédex noch weiter versuchen zu machen. Das mache ich aber offscreen. Weil ihr müsst jetzt nicht unbedingt beobachten, wie ich hier 30 Stara-Lilies fange. So, ich habe ein Staravia jetzt. Scheinuchs kann sich auch noch weiterentwickeln. Habe ich jetzt ein Luxio. Also die haben Incent diesen Level-Boost gemacht. Ich habe danach mit anderen Pokémon's weitergemacht. Die in der Box rumgambelten. Ich bin auch froh, dass es jetzt hier alles bei mir funktioniert, ne. Weil das war wirklich ein Kampf bis gerade eben. Ich habe hier eine Viertelstunde rumprobiert, wie ich diesen Bug löse. Den ich vor dem Stream hatte. Also für die auf YouTube. Ich hatte vor dem Stream einen richtig heftigen Bug. Wodurch jedes Mal das Bild abgekackt ist, sobald ich eine Aufnahme oder einen Stream gestartet hatte. Und das hat mich mega genervt. Ja, ich habe einen MP-Bonbon von dem Bammelintypen erhalten. Und einen Saples habe ich mir jetzt einfach gekauft. Weil es leid war, die ganze Zeit den zu suchen. Äh, jetzt mal im Ernst. Wo kriege ich jetzt meine Schwerbälle? Die extra war ganzen Sachen da, die habe ich bekommen. Das war ein Geheimgeschenk, dass man sich per Internet hier runterladen konnte. Übrigens, ich werde Pludox jetzt nochmal austauschen. Weil ich nicht vorhabe, es im Team zu behalten. Ich finde es wichtiger, einen Wasser-Pokémon im Team zu haben, als einen Käfer-Pokémon. Auch wenn es eigentlich richtig cool ist. Ich habe auch ein paar Minella da drüben gefangen. Dadurch hatten die auch den XP-Boost. Und ich mache mal eben kurz wieder, dass ich im Bild bin. So. Jetzt habt ihr mich wieder. Ja. Ich muss im Übrigen sagen, dass mit dem... Du musst einen Pokémon 25 Mal fangen, ist in gewissen Weise schon nervig. Weil du jedes Pokémon einzeln nochmal entlassen musst. Du kannst nicht alle gleichzeitig entlassen, du musst wirklich jedes Einzelne auswählen. Wenn es eine Zusatzfunktion gibt, mit der es doch geht, dann entschuldige ich mich, ich habe sie nicht gefunden. Weil ich habe wirklich jeden Knopf gedrückt und versucht, mehrere gleichzeitig. Weil ich so 10 Bidizas auf einmal in der Box hatte. Und die eigentlich alle nicht haben wollte. Im Übrigen auch was Trauriges. Der Multiplayer bezieht sich derzeit hauptsächlich daraus, dass man Pokémons tauschen kann. Also noch nicht mal die Pokémon-Kämpfe sind verfügbar. Habe ich jetzt durch meine Kollegen erfahren. Ist ein bisschen traurig. Weil der Rest vom Spiel ist eigentlich richtig gut. Und dass das nicht geht, das ist traurig. Im Übrigen, hier habe ich auch noch mal eine Nebenmission. Die ging offenbar nur übernach. Die Frau hier hat ein Spukproblem in ihrem Haus. Wir gehen jetzt rein und lösen das. Sie heißt Sasanka. Traurst du dich, in meinem Haus zu untersuchen? Ja, klar. Ich habe vor gar nichts aus. In diesem Haus ist irgendwas. Untersuch bitte jeden Winkel. Aber ich freue mich, dass das Projekt wenigstens auf YouTube so gut ankommt. So, ich soll alles untersuchen. Bestimmt ist hier einfach nur ein Geister-Pokémon irgendwo. Ich untersuche alles, was ich untersuchen kann. Sauber gefeiertete Expeditionsdinge. Okay, hier ist noch nichts. Der Spiegel ist wahrscheinlich. Hallo? Da wurden Bären drin aufbewahrt. Jemand hatte Hunger. Aus der Richtung des Eingangs kam ein Geräusch. Ich nehme mal den Tuch, äh, das Tuch weg. Und Mir wurde nicht mal präsentiert, was jetzt mit dem Tuch ist. Das ist traurig. Du scheinst das Rieschen noch nicht gelöst zu haben. Achso. Es kam nur irgendwas aus der Richtung hier. Oh. Oh, da ist ein Geräusch unter dem Tuch. Kniesch da. Was war's? Du siehst Funken vorbeifliegen. Etwas scheint von dir vorbeigeuscht zu sein. Jetzt ist er im Schrank. Nee, nicht hier. Da. Ein Pichu. Oh. Ich habe ein seltsames Geräusch gehört. Alles in Ordnung bei dir? Oh. Pichu. Lass dich fangen. Na nun, ist dieses Pichu etwa? Es ist zwar äußerst unwahrscheinlich, aber das könnte das Pichu sein, das ich vor einer Weile verletzt im Wald gefunden habe. Er mag dich offenbar. Ist diese Bäre für mich? Willst du mich etwa dafür danken, dass ich deine Wunden behandelt habe? Pichu. Oh. Moment mal. Das heißt ja, in meinem Haus war nur ein dankbares Pichu. Und ich dachte, es wäre sonst was Schreckliches gewesen. Mensch, bin ich erleichtert. Ach ja, mir wurde auch geschrieben, ich darf ruhig hier das mit der Stimme so lassen. Das findet ihr offenbar auch lustig. Du hast mir wirklich sehr geholfen. Nimm dies erzeichen meiner Dankbarkeit. Ja, das war einmal eine Nebenmission. Im Übrigen, ich habe schon gesehen, dass es sehr, sehr viele Nebenmissionen gibt. Nebst du jetzt mit Pichu zusammen? Ne, das Pichu hat sich nur bedankt und ist abgehauen. Schade. Das wäre doch der Aufbau einer wunderschönen Freundschaft. So, jetzt machen wir aber endlich mal ein bisschen Story. Ich habe ja schon genug Zeit von euch vertötet. Und ich habe dadurch jetzt schon sehr viel zum Schneiden. Ach ja, das Waumpel habe ich, glaube ich, letztes Mal abgeliefert. Äh. Und ich habe hier Bouten noch ein paar Attacken beigebracht. Im Übrigen, ich habe auch schon den Sternenrang 2 erreicht, durch das viele Pokémon fangen offscreen. Also nicht wundern, ich habe einmal 20 Pokémon gleichzeitig abgegeben und das hat einen ultimativ starken Boost gegeben. Also hier Bidiza. Ich habe sehr viele Bidizas gefangen. Ein paar Scheinuchse. Sehr viele Pamelins. Darunter zwei große. Einige Baumpelts. Ihr könnt euch denken, wie nervig es war, dass alles eins sind, aus der Liste zu fegen. Von meiner Liste am Pokémon sich habe. Ja, ich habe mir einen neuen Mitriegsang erarbeitet. Ich frage mich nur, ob ich hier mich ein bisschen zu sehr aus Versehen geboostet habe. Ja, das lese ich jetzt nicht vor. Ich kann nur ein Federbälle einsetzen. So, und jetzt kriege ich auch noch mehr Belohnungen. Eine Federbälle, eine Apipoko und ein Azur-Glanzstein. Oh, ein Supertränke. Tränke und ein Schengel Elferkraut. Elferkraut habe ich, glaube ich, sogar. Hier ist das Labor. Hier war ich auch noch nie drin. Äh, die frechen Bidiza müsste ich machen. Die spiegelfelde Drifflon. Was sind denn die frechen Bidiza? Oh, es gibt drei freche Bidiza, die in Jubeldorf Unruhe stiften. Okay. Anscheinend haben einige Leute im Dorf einen Driftlord mit einem Kind spielen sehen. Oh, ganz schlimme Geschichte. Da gab es nämlich hier diese eigene Geschichte im Pokédex. Driftlordons, nehmen sie sich einfach deine Kinder und hauen damit ab. Ich müsste auch mal den Pilz abgeben, ne? Äh, ich habe den Bericht erstattet. Hallo, Feuerige. Wo ist Ottero? Der müsste doch auch hier irgendwo gammeln. Ottero! Wo bist du? Was ist denn das? Achso, da ist Ottero drin. Ey, das ist aber nicht gerade gerecht. So wenig Platz für Ottero? Ist ja wirklich... Ist ja fies. Äh, wo ist der Raum, wo wir rein sollen? Da, oder? Hallo. Ah, du kommst wie gerufen. Such einen Stein für meinen Einblicktopf. Willst du mir dabei helfen? Oh, hier ist auch noch eine Nebenquiz. Äh, was für einen Stein willst du denn? Du willst einen kleinen Stein haben. Du kriegst nicht meinen kleinen Stein. Ich gebe dir das später. Ich muss nämlich erst noch ein weites Kleinstein fangen. Ich will dir halt nicht meins jetzt geben. So, jetzt erst mal wieder zurück zur Story. Denboku, was gedenkst du gegen das in Rage geratene Axanthor zu unternehmen? Es mag der Nachfache eines Pokémon sein, das eins für das ehrwürdige Sinnoh kämpfte. Aber so kann es nicht weitergehen. Immer eins nach dem anderen, Diam. Zeit ist ein wertvolles Gut. Wir sollten sie nicht verschwenden. Wie denkst du also, sollte ich mit einem König des Perklands verfahren? Deshalb bin ich ja hier. Wenn es um einen König des Perklands geht, sind uns von Diamantklamm die Hände gebunden. Sonst kommt es wieder zu einem Konflikt zwischen uns, sowie zur Zeit unserer Vorfahren. Wurden nicht auch einige eurer Leute verletzt? Willst du dieses Problem wirklich ignorieren? Will der Diamantklamm damit etwa andeuten, dass wir uns selbst des Königs entledigen sollten, den wir vom Perkland verehren? Hm. Ich habe es zwar gedacht, aber nicht dergleichen gesagt. Wo ist da der Unterschied, du Tölpel? Ich würde zuerst gern wissen, warum ein König Fjaxantor, der hat die Kontrolle über sich verliert. Das wüsste ich auch gern. In der Geschichte des Diamantklamms kam so etwas zumindest noch nie vor. Hm. Du bist hier. Entschuldigung, ich habe vergessen, dass er redet. Das ist Scheuning, das neueste Mitglied unseres Forschungstrupp. Oh, Jona hat von jemandem mit diesem Namen erzählt, dass Garmiteers Gunst genießt. Garmiteer ist übrigens offenbar wirklich ein neues Pokémon. Ich habe mich noch mal informiert, es gibt in diesem Pokémon-Spiel auch mal neue Pokémon, die es vorher nicht gab. Dann bist du also diejenige, die aus dem Riss im Raum Zeitgefüge gefallen kam. Kaum zu fassen. Ich habe vergessen, der Kerl redet. Ich bin Diam, Anführer des Diamantclans. Offiziell heißt es wohl überhaupt, aber das klingt mir zu altbacken. Der Riss im Raum Zeitgefüge. Weißt du das womöglich? Du stammst aus dem Raum, in dem sich das ehrwürdige Sinnrohr fällt? Mehr oder weniger. Ich bin Perla, Oberhaupt des Patchenclans und bin meine große Voraussicht bekannt. Bist du wirklich aus diesem Riss im Himmel gefallen? Ich kann das nur schwer glauben. Ja, die Eulandung hat ein bisschen wehgetan. Hier also mein Vorschlag. Wie wäre es, wenn wir Axander zuerst ihr überlassen? Du willst König Axander einen unerfahrenen Neuling überlassen, der behauptet, durch den Riss im Himmel gekommen zu sein. Ich werde den sowas vorm fangen. Ach, und wie lange bist du nochmal Oberhaupt? Als Oberhaupt zählen nicht die Jahre an Erfahrung, sondern der Wille, sich furchtlos der raunen Wildnis von Huizui zu stellen. Ja, ich glaube, Erfahrung hat da auch ein bisschen was mitzuspielen. Dann spricht ja auch nichts dagegen, diese Sache einem Neuling zu überlassen, oder? Mich hast du jedenfalls überzeugt, den Boku. Das ist eine gute Gelegenheit, um euch Leute von der Galaktikexpedition und bei der Arbeit zu beobachten. Mal sehen, wie hilfreich eure seltsamen Wille tatsächlich sind. Mir gefällt das ganz und gar nicht. Das ehrwürdige Sinnoh hat Zizui erschaffen, damit die Pokémon hier freisegen können. Stimmt, glaube ich sogar. Wir sollten Seite an Seite mit ihnen leben und sie nicht uns untertan machen. Wir nutzen die Bälle nicht, um uns die Pokémon untertan zu machen, sondern um mit ihnen koexistieren zu können. Seht zu und ihr werdet es verstehen. Eine neue Mission wartet auf die Shining. Geh und finde heraus, was es mit Axanthor auf sich hat. Verstanden. Als Fremde mit einer fragwürdigen Hergruppe werden dir viele mit Argwohn begegnen. Ihr Vertrauen kannst du dir nur durch eines verdienen. Harte Arbeit. In der Tat. Und je schneller es produziert, desto besser. Dann spenden wir keine Zeit. Der König des Weides. Axanthor ist ein Nachfahre des Pokémon, die ganz vom ehrwürdigen Sinnoh ihre Kraft erhielten. Seine Stärke wird also in keinem Vergleich zu dem stehen, was du bisher erlebt hast. Meisterbelle, go! Boah, stell dich mal vor, ich kann Meisterbelle herstellen. Der Diamant-Klan und der Per-Klan leben schon weitaus länger in der Hisui-Region. Als Außenseiter müssen wir von der Galaktie-Expedition uns darum bemühen, gute Beziehungen zu ihnen zu pflegen. Verstehst du? Lasst uns nicht... Lasst uns über die Mission des Expeditionsleiters sprechen, Shining. Komm in mein Büro. Äh, sofort. Äh, bevor ich runterwande, ich will kurz was ausprobieren. Ich hab nämlich hier die Bots nochmal ein bisschen überarbeitet. Ja, sie funktionieren endlich. Ich hab nämlich extra für Pokémon was gebastelt. Äh, an den Bots. Es gibt hier nämlich einen Pokémon-Ausruf, den ihr da reinschreiben könnt. Für YouTube hab ich das rausgeschnitten. Hallo? Shining! Professor La... Die Auftragsbesprechung, bitte? Well, then. Shining, du sollst Axanto erforschen und herausfinden, warum es derart in Rage geraten ist, richtig? Dann wirst du es mit einem außergewöhnlich starken Pokémon zu tun bekommen. Mitglieder des Sicherheitstrupfs, die von Axanto angegriffen wurden, haben versucht, Pokéball auf es zu werfen. Aber sie hatten nicht den Hauch einer Chance, es zu fangen. Die Axialveranlagung mancher wilder Pokémon ist nichts im Vergleich zu seiner Rage. Ich will es mit aller Deutlichkeit sagen. Diese Mission birgt immense Gefahren. Bist du dafür bereit? Natürlich. Und ich werfe ihm so viele Pokébälle an den Kopf. Na schön, dann teile ich jetzt die nötigen Informationen mit dir. Der Diamant-Clan und der Per-Clan halten die Puchmen, die sie Königin und Königinnen für Gesandte des ehrwürdigen Sinnoh. Die Orte, an denen sie sich bevorzugt aufhalten, tragen den Namen Hochheitsstätte. Dort bringen die Mitglieder der Clans ihnen Opfergaben dar und errichten Feste zu ihren Ehren aus. Vielleicht könnten wir mit Axanthor fertig werden, wenn wir herausfinden, welche Opfergaben es bevorzugt. Wenn wir herausfinden, welche Bären es wohl eher mag. Scheinlich, wir haben etwas mit dir zu besprechen. Die Sache ist die, hinter dem Rüst im Raum Zeitgeflüge befindet sich möglicherweise die Welt, in der das ehrwürdige Sinnoh-Wald meint Arceus. Und das ehrwürdige Sinnoh, das wir vom Diamant-Clan verehren, gebietet über die Zeit. Dass du aus dem Rüst im Raum Zeitgeflüge gekommen bist, könnte bedeuten, dass du die Zeit selbst überwunden hast. An jemanden, wenn man so bemerkenswert ist, hätte ich ein besonderes Anliegen. Bitte erforsche Axanthor nicht nur, sondern finde auch einen Weg, es zu besänftigen. Perfekt Timing, Diam. Wir haben gerade genau darüber gesprochen. Oh, Sie sind der Professor, von dem man so viel gehört. Was? Freut mich. Ich hoffe, Sie können mir einiges beibringen. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Der Perl-Clan verehrt den König des Weides zu Tiefs. Ich bin mir sicher, dass Sie eure Hilfe begrüßen würden, aber auch wenn Sie sich weigern, ausdrücklich darum zu bitten. Deutsch. Ehrlich gesagt, haben wir von einem Diamant-Clan mit einem ähnlichen Problem zu kämpfen. Auch einer der Könige, um die wir uns kümmern, ist in Rache verfallen. Er lebt in den Bergen fernab von hier. Es stimmt, dass es in der Vergangenheit oft zu Streit zwischen unseren beiden Clans kam. Aber solange wir alle hier in Hisui leben, müssen wir solche Probleme gemeinsam lösen. Nur leider kippt es in unseren Rängen so gut wie niemanden, der es mit so einem starken Pokémon aufnehmen könnte. Bis also unsere einzige Hoffnung. Wie unfähig seid ihr alle. Axanthor, solltest du bei dem Baumresenkampffeld antreffen, tief im Innerwald. Sein Wächter heißt Topin. Der Junge hat einen scharfen Verstand, der ihn leider nicht immer vor Torheit schützt. Bis dein geliebtes Axanthor wird dir bestimmt eine Menge erzählen, ob du ihn nun danach fragst oder nicht. Jedenfalls verlassen wir uns auf dich. Du schaffst das bestimmt. Bis später. Kaum haben sie gesagt, was sie ihnen sagen wollten, sind sie auch schon wieder weg. Sie ist halt wirklich kostbar, was? Jo. Die Arm und Jona haben ein paar nützliche Informationen mit uns geteilt. Wenn du Sachen mit Axanthor auf den Grund gehen willst, solltest du am besten direkt zu ihm gehen. Das Baumwesen Kampffeld heißt am besten, ja, das können wir uns schenken. Ich bin der Einzige, dem die Weide überhaupt hier was nützt. Will man mal so anmerken. Kennst du das? Du findest lauter tolle Materialien und kannst die nicht mitnehmen, weil deine Tasche mal wieder zu voll ist? Bisher hatte ich das Problem nicht. Dann hör dir an, was ich zu sagen habe. Es soll dein Schaden nicht sein. Ja? Erzähl mir. Oh, der kann meine Tasche erweitern. Okay. Nur 100 Gepäer. Ich kann jetzt eine Itemart mehr verstauen. Äh, unterrichte mich. Das kostet mich 200 wahrscheinlich. Ja. Okay, ich kann bei ihm einfach meine Tasche ein bisschen erweitern. Ja, das nächste kostet mich wahrscheinlich 300. Immer 100 mehr. Ja, kann ich ja ausgehen so ein bisschen aufwerten. Ja, Leute, das war's mit dem heutigen Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.